Moin Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Last Day on Earth Video hier auf meinem Kanal. Yo wir sind heute in der Siedlung ich wollte euch mal up to date bringen wie es aktuell bei mir aussieht und ja natürlich mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aber es geht voran. By the way ich habe jetzt mal die Modifikation für die Glock reingepackt beziehungsweise auch mal gebaut und zwar den Kraftschuss. Versuche jetzt mal ein bisschen mit dem zu spielen und wenn er mich überzeugt werde ich den noch in Zukunft auf der Glock lassen weil das ja doch eine Modifikation ist die auch schon seine Vorzüge hat genauso wie der Beinschuss der eben verlangsamt ist es eben bei dem Kraftschuss so dass ihr die Gegner wegschiebt und damit gewisse Angreifoptionen von denen unterbrechen könnt. Zum Beispiel beim Blähblower wenn der springt und ihr nutzt das könnt ihr das unterbrechen. So der Zombie Truck genauso wie die Geschichte hier oben welches Gebäude das auch immer ist die Garage sind die zwei Baustellen die parallel laufen wenn ihr dann die Mauer fertiggestellt habt ihr bekommt das Asbest von Hafen Kanalisation und die Zündkerzen bekommt ihr von der Tankstelle beziehungsweise nicht direkt von der Tankstelle sondern vom Highway habe ich aktuell drei Stück von zehn das heißt hier fehlen noch sieben Zündkerzen sieben mal Tankstelle dementsprechend hier fehlen noch elf Asbest. Asbest wird denke ich mal dann eher fertig weil man bekommt immer irgendwie drei Stück das ist auch ganz gut so und ja soviel erstmal zu dem Zwischenstand hier wenn ihr das dann alles erledigt habt geht es natürlich trotzdem erstmal mit Arc 2 nicht weiter weiter die entsprechenden Updates noch fehlen ich hoffe dass das in naher Zukunft kommt ich bin ja schon etwas Nachzügler was das angeht weil viele schon damit fertig sind aber ich halt noch hinterher hänge wie dem auch sei gucken wir uns heute auf jeden fall noch mal einen Raid an ein Blind Raid diesmal also ich habe jetzt nicht vorher im Internet geguckt die Basis ist ja jetzt auch erst aufgeploppt dann gucken wir nochmal in die Tankstelle weil ich noch das Glücksrad mitnehmen will unbedingt und ja dann gucken wir uns natürlich auch noch mal die ganzen Belohnungen an die ich mittlerweile zusammen verdient habe sagen wir das mal so was ich noch sagen wollte bevor wir das hier vergessen es gibt aktuell ein Halloween Paket läuft noch fünf Tage und elf Stunden werde ich dann wohl in einem der nächsten Videos euch mal zeigen sechs Stück kann man hier kaufen insgesamt ne genau für 18 Euro naja gut ihr habt diesen Sakura ich sage immer Jakura glaube ich aber Sakura Setzling heißt es richtig da kann man mit diesem Paket insgesamt drei haben einen gab es vom Event den zweiten gibt es beim Spin an der Tankstelle wenn ihr das mythische die mythische Kachel dann mit etwas Glück bekommt kann der da auch drin sein und der dritte wäre dann hier aus der Kiste ja Rationen sind jedes mal dabei 6x5 sind 30 Rationen noch oben drauf was weiß ich wie viel kosten hier 30 Rationen 30 Stück nur so sieben Euro ungefähr ja also das Paket vom Preis ist schon in Ordnung wenn ihr natürlich noch eine Karte des Inspektors bekommt dann wäre das natürlich auf jeden Fall das Geld wert aber weiß mal vorher nicht so was haben wir hier die Waffendrehbank wir haben hier den Chopper also eine komplette Noob Base also weiß nicht auf unserem Pro Account hier auf dem Hauptaccount da läuft es irgendwie überhaupt nicht mit den Rates schade guckt euch das an hier stellt euch das mal wirklich jetzt im Gedankenspiel vor ihr habt diese blöden Motorblöcke gesammelt die so schwer zu bekommen sind abgesehen vom Highway das halten wir mal an vor und dann kriegt ihr hier so eine Basis ihr habt euch quasi auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen für die Raider Quests und dann kriegt ihr hier so ein Müll ja für mich ist das jetzt kein Verlust ne weil ich irgendwie so auf Raiden gehen kann wie ich möchte aber wenn man das mal real betrachtet ist das echter Wahnsinn so habt ihr gerade mal den Skill gesehen Waffenöl okay ein Stück braucht man viel für die Waffen Modifikation deswegen nehme ich das auch mal mit schade dass es nur eins ist ansonsten wer daran Interesse hat oder die braucht guckt auf jeden Fall mal im Hardcore Modus vom Bunker Alpha da gibt es die ganz gerne und ansonsten auch bei Bunker Bravo der Rest der hier drin ist den müssen wir wohl oder überlegen lassen weil das Zeug alles in meiner Basis komplett überflüssig wäre okay ja gut da habe ich mich wohl ein bisschen zu früh aufgeregt drei Schusswaffen für ein C4 ja okay sage ich mal ne also jo da habe ich mich dann doch ein bisschen zu früh aufgeregt für ein C4 der Loot ist okay also mein Gott ich habe schon schlechteres gehabt aber nur drei Kisten ist natürlich trotzdem mager also ja was soll man davon halten machen wir das nochmal kaputt hier vielleicht ist hier Dörrfleisch drin oder so ein Quatsch können wir nicht looten wegen dem Holz tatsächlich dann nehmen wir das an mit und dann sagen wir tschau Leute Zombies können uns mal die erledigen wir nicht noch okay bewerten wir mal den Raid von 1 bis 10 würde ich mal sagen eine 5 war es schon so schlecht war es jetzt nun auch wieder nicht aber eine 5 ist realistisch ich mein ihr habt hier eine Schrotflinte modifiziert und sogar noch eine M16 wenn es euer erster Raid wäre kann sich sehen lassen eigentlich aber naja man ist halt eigentlich größere Basen gewöhnt wenn mich nicht alles täuscht hatte ich auch schon mal eine Basis wo nur eine Kiste drin war war auch eine unheimlich kleine Raid Basis also das war wirklich der schlimmste Raid deswegen habe ich den noch im Kopf und ich glaube dafür brauchte man auch ein C4 das war noch hier die Kirche auf dem Sahnehäubchen jawoll 800 Tokens das ist geil weil ihr wisst Bescheid ich spiele ja regelmäßig Labor Hardcore Modus und hier drin schlummern schon die ganzen Waffen die ihr wisst schon wieder repariert werden wollen und da bietet sich hier diese Reparaturbank unheimlich gut an Jo jetzt habe ich gepennt dann müssen wir hier einmal das Beil löschen immer ein zwei Sekündchen warten bis ihr 99 steht spart ihr auch noch ein Token ist zwar nur eins aber mein Gott wenn ihr das 100 mal macht habt ihr dann im Prinzip eine Waffe for free ja wir haben hier aktuell auch das Slot Machine Event ich habe über 10.000 Kronenkorken investiert und habe immer noch nicht diese 5500 Totenköpfe also ja das ist unmenschlich by the way ganz wichtig an der Stelle dass ich euch das noch sage wenn die Lucky Chest voll ist genauso wie die Chest von dem Glücksrad landen die Belohnungen nicht in der Inbox die verschwinden einfach die gehen euch verloren deswegen passt unbedingt auf dass ihr mindestens 5 Slots frei habt warum 5 Slots also zumindest beim Glücksrad weil ihr wenn ihr ein Jackpot bekommt meistens 5 Items kriegt Rüstung und eine Waffe deswegen dort an der Stelle unbedingt aufpassen ich habe das nämlich mal ausprobiert und dachte mir hey wo sind meine Waffen ja und da waren sie dann nämlich weg so Tankstelle haben wir auch gemacht Raid haben wir gemacht dann würde ich mal sagen gucken wir uns jetzt mal die ganzen Season Pass Belohnungen an denn ich habe es mal wieder geschafft Leute ich habe den Season Pass durchgespielt und das ist schon etwas besonderes bei mir weil ich ja sonst eigentlich nicht so hartnäckig dran bin yo ich bin zwar erst Level 62 und nicht so wie vielleicht einer von euch der schon über Level 100 ist und schon einen Haufen von diesen Kisten hier bekommen hat aber ich bin trotzdem stolz auf mich dass ich Level 60 geworden bin denn den Skin wollte ich unbedingt haben bevor der nämlich verloren geht dachte ich mir Mensch da bleibst du jetzt mal dran und ich würde mal sagen let's take it alle Belohnungen erstmal Rucksack Skin jawoll naja dann haben wir hier Kisten des Waffenschmieds genau 50 Münzen mhm hier also dass hier diese dass hier dass diese Rüstung was im Season Pass zu suchen hat da greife ich mir noch heute an Kopf das hat ja gar nichts drin zu suchen so ein Müll da könnten die auch Baseballschläger oder sowas in Season Pass reinpacken also was die sich hier mittlerweile dabei denken da drüben ist ja naja lassen wir es mal so stehen so da ist es sehr schön woran merkt man auch dass die Season Pässe nachgelassen haben wenn man auf beste Belohnungen guckt und dort einfach eine Chopper Gabel drin ist dachte ich mir auch so Leute irgendwas ist hier irgendwas läuft hier falsch wir brauchen neuen Content in dem Spiel unbedingt so Pakete aus Staffel 29 da bin ich habe ich hier irgendwo nicht noch Pakete genau hier aus Staffel 28 habe ich auch noch zwei Stück die wollen wir auch noch öffnen die habe ich extra aufgehoben die laufen in zwei Tagen aus ich würde mal sagen wir fangen mit denen an mhm SWAT Oberteil und ein Swarthelm joa nehmen wir mit ne bleibt uns ja nichts anderes übrig ohooo mhm für den Anfängeraccount wäre das jetzt ein super Gewinn gewesen noch eine Millcore ist auch nicht schlecht ein paar flinke Stiefel ah noch ein Höschen und da haben wir noch eine Minigun und die Brustpanzerung sehr schön Brustpanzerung und zu guter Letztand die Minigun ist auch nicht verkehrt ansonsten kein Boni weiter naja wir haben immerhin einen bekommen da wollen wir uns mal nicht zu zu extrem drüber beschweren hier ja ansonsten ihr seht meine Inbox ist voll mit Kisten rühre ich aktuell nicht an weil mir die Sachen die hier drin sind absolut nichts bringen ich warte ja eigentlich auf ein Update bis neuer Content kommt wo man die Sachen die hier drin sind auch braucht das einzige was vielleicht relevant wäre wäre Kisten des Waffenschmieds zu öffnen weil hier Genesis Waffen eventuell drin sind das hebe ich mir aber vielleicht dann für ein anderes Video auf wo wir mal ein schönes großes Pack Opening machen können dann habe ich natürlich auch noch die Belohnungen aus Akt 2 mit dem Outfit Heimwerker achso ne können wir noch gar nicht einsammeln weil wir die ganzen Sachen noch nicht fertig gebaut haben den Truck und den äh die Garage so hier haben wir noch mal ein bisschen was zusätzlich bekommen Copper wollte ich jetzt sagen aber es ist Kupferbachen genau und Stahl ja und hier ist auch nochmal Gummi und Plastik dabei also können wir auch noch einsammeln alright so da ich euch leider die Tankstelle nicht zeigen kann Hafen ebenfalls im Reset ist würde ich das Video einfach an der Stelle schon beenden ich hoffe euch hat es natürlich gefallen vergesst nicht den Kanal zu abonnieren im nächsten Video gucken wir uns bestimmt mal die Tankstelle an wenn ich nicht sogar schon im nächsten Video mit allem fertig bin je nachdem wie die Zeit da ist und dann freue ich mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video und wir sehen uns dann ja dort bis dahin Freunde ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.